Im ersten Film über Dioden haben wir die prinzipiellen Mechanismen auf atomarer Ebene kennengelernt, die zur Ausbildung einer Sperrschicht in einem PN-Übergang führen. In diesem Film möchte ich die Abläufe in etwas größeren Dimensionen besprechen. Die hier zu sehenden Animationen wurden mit Hilfe einer Java-Applikation erstellt, die auf der Homepage zum Projekt heruntergeladen werden kann. Betrachten wir eine einzelne Kristallebene mit einer Abmessung von 100 x 122 Atomen, was in etwa 89 x 47 Nanometern entspricht. Die obere N-dotierte Kristallhälfte enthält 52 5-wertige Fremdatome, die untere P-dotierte Kristallhälfte ebenso viele 3-wertige Fremdatome. Die gewählte Anzahl an Fremdatomen entspricht circa einem Fremdatom auf 117 Siliziumatome. In der Praxis liegt diese Rate bei nur einem Fremdatom auf 10.000 bis 10.000.000 Siliziumatome. Eine derart hohe Anzahl an Atomen in einer Animation zu berechnen, erfordert enorme Rechenleistung. Ferner sind dabei einzelne Atome sowie die Wanderung der Elektronen und Löcher nur noch schwer auszumachen. Die Simulationssoftware geht von weiteren Vereinfachungen aus. Betrachten wir ein Fremdatom in der N-dotierten, oberen Bildhälfte. Wie in dem Video zu Leitungsmechanismen in Halbleitern genauer erläutert, besitzt das 5-wertige Fremdatom ein quasi überzähliges Außenelektron, das nur schwach an den Atomkern gebunden ist. Dieses Elektron kann in die Hülle benachbarter Siliziumatome wechseln, wodurch ein positiv geladenes Ion aus dem Fremdatom und ein negativ geladenes Siliziumion entstehen. Das positiv geladene Ion des Fremdatoms ist als dunkelrote, das negativ geladene Siliziumion als hellblaue Kugel dargestellt. Betrachten wir den Austausch des überzähligen Elektrons zwischen den Atomen des Kristallgitters. Den elektrostatischen Anziehungskräften folgend, sollte das Elektron sofort wieder zum positiv geladenen Fremdatom gezogen werden. Überlagert wird die gerichtete Bewegung aufgrund elektrischer Felder von der thermischen Bewegung des Elektrons. Die thermische Energie ist die Energie, die in der ungeordneten Bewegung der Atome bzw. Elektronen gespeichert ist. Damit bewirkt diese, dass sich das Elektron hin zu einem der vier Nachbaratome im Kristallgitter bewegt. Von den vier Atomen werden in der Simulation nur drei berücksichtigt, da hier nur eine einzelne Kristallebene berechnet wird. Genaueres zur dreidimensionalen Struktur von Siliziumkristallen gibt's in einem weiteren Video. Ist die thermische Energie größer als die potentielle Energie im elektrischen Feld, so kann das Elektron aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Fremdatoms herauswandern. In einem realen Kristallgitter sind alle Elektronen der Atomhüllen beweglich und nicht fest an einen Ort gebunden. Folglich steigt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit aller benachbarter Elektronen in der Nähe des positiv geladenen Ions des Fremdatoms. Der Gradient des elektrischen Feldes wird in unmittelbarer Nachbarschaft des Ions abgeschwächt, wodurch ein Abwandern des überzähligen Elektrons begünstigt wird. Die Simulationssoftware errechnet, zu welchem der Nachbaratome das Elektron mit dem nächsten Schritt wechselt. Dazu wird als erstes die Kraftwirkung ermittelt, die durch sämtliche in der Kristallebene befindlichen Ladungen bewirkt wird. Gleichnamige Ladungen bewirken abstoßende, gegensätzliche Ladungen eine anziehende Kraftwirkung. Um das leichtere Abwandern der Elektronen in der Simulation zu berücksichtigen, wird die Anziehung durch positiv geladene Fremdatome in einem kleinen Radius um das Elektron herum nur zu einem Bruchteil berücksichtigt. Hinzu kommt eine Kraftkomponente mit zufälliger Richtung und einem Absolutwert zwischen 0 und einem Wert x, welcher die thermische Energie repräsentiert. Das Elektron wechselt zu dem Nachbaratom, dessen Bindungswinkel der Summe der Kräfte am nähesten liegt. Betrachten wir die Vorgänge an einem dreiwertigen Fremdatom in der p-dotierten, unteren Kristallhälfte. Wandert ein Elektron von einem benachbarten Siliziumatom in die Hülle des Fremdatoms, so entstehen auch hier zwei Ionen. Ein negativ geladenes Ion entsteht aus dem Fremdatom und das Siliziumatom wird zu einem positiv geladenen Ion. Neben dem reinen Elektronentransfer wird bei diesem Prozess eine Atombindung zwischen zwei Siliziumatomen aufgebrochen und es wird eine neue Atombindung zwischen dem nun positiv geladenen Siliziumion und dem negativ geladenen Ion des Fremdatoms gebildet. Auch dieser Prozess wurde in dem Video zu Leitungsmechanismen in Halbleitern bereits ausführlich besprochen. Auch hier wirken auf die Elektronen der benachbarten Atome elektrostatische Kräfte hin zu dem positiv geladenen Siliziumion und weg von dem negativ geladenen Ion des Fremdatoms. Die thermische Energie bewirkt, dass ein Elektron von einem anderen Siliziumatom hin zu dem positiven Ion wechseln kann. Die durch die thermische Energie hervorgerufene Kraftkomponente auf die Elektronen wirkt in eine zufällige Richtung, sodass mit dem nächsten Schritt aus einem der Nachbaratome ein positiv geladenes Siliziumion geformt wird. Es wird also keine positive Ladung zwischen den Atomen ausgetauscht, sondern es wandert lediglich ein Elektron von der Hülle eines Atoms hin zu dem jeweils positiv geladenen Ion. Da hier chemische Bindungen aufgebrochen und neu gebildet werden, ist dieser Prozess langsamer als der bloße Wechsel eines Elektrons zwischen zwei Atomen. Die Software errechnet somit nicht bei jedem Schritt eine neue Position für die Elektronenlücke, sondern legt zufallsgesteuerte Pausen ein. Um die Rechenleistung gering zu halten, wird nicht die Kraft auf sämtliche Elektronen in den Atomhüllen berechnet. Es wird vereinfachend die Kraft auf eine positive Ladung innerhalb des Kristallgitters errechnet, um die jeweilige Richtung des Elektronentransfers ermitteln zu können. Starten wir die Simulation und beobachten die Bewegung von Elektronen und Löchern. Ausgehend von den Fremdatomen wandern überzählige Elektronen bzw. Elektronenfehlstellen ungerichtet durch die Kristallebene. Zurück bleiben negativ geladene Fremdatome in der p-dotierten unteren Hälfte bzw. positiv geladene Fremdatome in der n-dotierten oberen Hälfte. Die Wanderungsgeschwindigkeit der hellblau markierten überzähligen Elektronen ist größer als die der hellrot markierten Elektronenfehlstellen. Nähern sich ein überzähliges Elektron und eine Elektronenfehlstelle, verstärkt sich die durch die gegensätzliche Ladung verursachte anziehende Kraftwirkung und diese wird größer als die durch die thermische Energie hervorgerufene zufällige Bewegung. Befinden sich ein überzähliges Elektron und ein Loch in unmittelbarer Nachbarschaft, so rekombinieren diese zu zwei neutralen Siliziumatomen. Dieser als Rekombination bezeichnete Prozess verringert die Anzahl der in der Kristallebene frei beweglichen Ladungen. Aufgrund der unterschiedlichen Wanderungsgeschwindigkeiten von Elektronen bzw. Löchern liegen die Orte dieser Rekombinationsprozesse überwiegend in der unteren Kristallhälfte. Die überzähligen Elektronen wandern schneller und weiter in die p-dotierte Zone als umgekehrt Löcher in die n-dotierte Zone. Lassen wir die Simulation laufen, bis sich ein Gleichgewicht ausgebildet hat und keine weiteren Rekombinationsprozesse stattfinden. Stoppen wir die Simulation und zählen die Ladungen in den beiden Kristallhälften. Wie zu sehen ist in der oberen Kristallhälfte ein Überschuss an positiver Ladung vorhanden. Es sind 52 positiv geladene Fremdatome und nur 36 überzählige Elektronen vorhanden, womit diese Kristallhälfte insgesamt 16-fach positiv geladen ist. In der unteren Hälfte zählen wir 52 negativ geladene Fremdatome und 36 positiv geladene Elektronenfehlstellen, was in der Summe eine 16-fach negative Ladung ergibt. Teilen wir den Kristall in 8 etwa gleich große Zonen ein und erstellen für diese Zonen ebenfalls die Ladungsbilanz. Wie zu sehen ist diese Bilanz in den äußeren Zonen nahezu ausgeglichen, während nahe der Kontaktstelle zwischen p und n-dotiertem Bereich größere Ladungsungleichheit besteht. Betrachten wir die Anzahl frei beweglicher Ladungen in den Zonen, so ist diese nahe der Kontaktstelle sehr gering, während in den Außenbereichen nach wie vor eine große Anzahl von Elektronen bzw. Löchern vorhanden ist. Die an beweglichen Ladungen verarmte Zone um die Kontaktstelle, die auch als Sperrschicht bezeichnet wird, ist verantwortlich für das Verhalten einer Halbleiterdiode. Hier baut sich ein elektrisches Feld auf, das ein weiteres Einwandern der Elektronen von der n-dotierten Kristallhälfte in die p-dotierte Hälfte verhindert. Verbinden wir die Diode mit einer Gleichspannungsquelle. Zunächst schalten wir den Pluspol der Spannungsquelle an die p-dotierte und den Minuspol an die n-dotierte Kristallhälfte. Die Spannungsquelle bewirkt zwei Dinge. Zum einen baut sich ein elektrisches Feld auf, das Elektronen von der n-dotierten in die p-dotierte Kristallhälfte drückt und zum anderen werden zusätzliche Elektronen in die n-dotierte Hälfte injiziert, während diese der p-dotierten Hälfte entzogen werden, wodurch hier zusätzliche Löcher entstehen. Da Elektronen in dieser Animation nach unten beschleunigt werden, wandern umgekehrt die Elektronenfehlstellen nach oben. Ist die zusätzliche Kraftkomponente des äußeren elektrischen Feldes ausreichend groß, werden frei bewegliche Ladungen in die Zone um die Kontaktstelle gedrängt und es können erneut Rekombinationsprozesse stattfinden. Dadurch werden in dem Kristall frei bewegliche Elektronen und Löcher vernichtet. Die Anzahl der Elektronen und Löcher in dem Kristall wird nahezu konstant gehalten, da durch die Spannungsquelle weitere Elektronen in die n-dotierte Zone injiziert werden bzw. in dem Elektronen der p-dotierten Seite entzogen werden, wodurch weitere Löcher entstehen. In der Summe werden Elektronen vom Minus zum Pluspol der Spannungsquelle transportiert und es fließt ein elektrischer Strom durch die Diode. Diese fließen dabei nicht auf geradem Weg durch den Kristall, sondern die durch die thermische Energie verursachte ungerichtete Bewegung wird von der gerichteten Bewegung aufgrund des elektrischen Feldes der Spannungsquelle überlagert. Die Folge ist ein Zickzackkurs der Elektronen von oben nach unten bzw. der Löcher von unten nach oben. Je höher die angelegte Spannung, umso gerichteter bewegen sich die Elektronen durch den Kristall und die Rate der Rekombinationsprozesse steigt. Es fließt ein höherer Strom durch die Diode. Ändern wir nun die Polarität der Spannungsquelle und beobachten erneut die Wanderung der frei beweglichen Ladungsträger. Durch das elektrische Feld der Spannungsquelle werden nun die Elektronen nach oben zur N-dotierten Kristallhälfte gedrückt. Ferner werden Elektronen in die P-dotierte Hälfte injiziert und der N-dotierten Hälfte entzogen. Die Elektronen rekombinieren in der P-dotierten Hälfte an der Spannungsquelle mit den hier vorhandenen Löchern, wodurch die Anzahl der Elektronenfehlstellen in dieser Kristallhälfte sinkt. Die Anzahl frei beweglicher Ladungsträger in dem Kristall wird verringert. Bilden wir erneut die Ladungsbilanz in verschiedenen Kristallzonen. Wie zu sehen ist ein deutlich größerer Bereich um die Kontaktstelle in der Summe elektrisch geladen. Die Sperrschicht ist angewachsen. Dabei ist die Zone innerhalb der P-dotierten Hälfte negativ geladen, während diese im N-dotierten Bereich positiv geladen ist. Das elektrische Feld der Ladungen nahe der Kontaktstelle wirkt in die gleiche Richtung wie das der Spannungsquelle und verhindert das Einwandern von Löchern aus der P-Hälfte bzw. von Elektronen aus der N-Hälfte. In diesen Bereichen befinden sich keine frei beweglichen Ladungsträger. Es fließt kein Strom durch die Diode. Diese ist in Sperrrichtung geschaltet. Erhöhen wir die Spannung, so werden dem Kristall weitere frei bewegliche Ladungsträger entzogen. Die Sperrschicht wächst weiter an. Verringern wir die äußere Spannung wieder, so ist das innere elektrische Feld der Diode stärker als das von der Spannungsquelle erzeugte externe Feld. Als Folge dessen werden nun der Spannungsquelle Elektronen am Pluspol, also im N-dotierten Bereich entzogen. Umgekehrt wandern Elektronen im P-dotierten Bereich aus dem Kristall in den Minuspol der Spannungsquelle. Elektronen wandern also vom Plus zum Minuspol der Spannungsquelle und die Anzahl frei beweglicher Ladungsträger im Kristall wächst wieder an. Dieser Prozess stoppt, sobald sich die Wirkung der elektrischen Felder von Diode und Spannungsquelle wieder gegenseitig aufheben. Eine Diode verhält sich bei wechselnden Spannungen immer auch wie ein Kondensator. In der Realität ist in Sperrrichtung ein geringeres Strom vorhanden. Ursache hierfür ist ein weiterer Prozess innerhalb der Diode, den wir bislang nicht berücksichtigt haben. Aufgrund der thermischen Energie schwingen die Atome ständig um ihre Ruhelage im Kristallgitter. Ist die Energie ausreichend hoch, kann hierbei eine chemische Bindung aufbrechen und dabei ein Elektron-Loch-Paar entstehen. Viele dieser so erzeugten Paare rekombinieren innerhalb kurzer Zeit wieder. In der Nähe der Kontaktstelle verstärken sich das elektrische Feld der Spannungsquelle und das interne Feld der Diode. Dadurch werden Elektronen in diesem Bereich sehr stark in Richtung N-dotierte Hälfte gezogen, wodurch die Löcher im Gegenzug in die P-dotierte Hälfte wandern. Die erzeugten Elektron-Loch-Paare werden hier voneinander getrennt und durch diese Ladungstrennung wird in Summe ein Elektron vom Minus zum Pluspol der Spannungsquelle transportiert. Rekombinieren diese thermisch erzeugten Elektron-Loch-Paare innerhalb einer Kristallhälfte, so tragen diese nicht zum Ladungstransport bei. Je höher die Temperatur des Kristalls, umso höher ist die Rate der thermisch erzeugten Elektron-Loch-Paare und umso höher ist der elektrische Strom in Sperrrichtung. Zum Nachlesen gibt's die Informationen auf der Webseite zum Projekt. Hier findet ihr auch die Java-Anwendung, mit der ihr eure eigenen virtuellen Experimente zu Halbleiterdioden durchführen könnt. Danke fürs Angugge und bis bald! ... ... ... ... ... ... ... ... ...